Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Merkbiologie zum Thema Selektion. Wir wollen heute über Selektionsfaktoren sprechen. Als erstes lernen wir die abiotischen, dann die biotischen und zum Schluss die sexuellen Selektionsfaktoren kennen. Was diese Begriffe bedeuten und was man noch unbedingt zum Thema Selektion wissen sollte, erfahrt ihr in diesem Video. In dem vorherigen Teil zum Thema Selektion haben wir uns bereits mit den Selektionstypen beschäftigt. Der Link zu diesem Video ist in der Videobeschreibung. Wir wollen uns jetzt aber mit den Selektionsfaktoren beschäftigen und dort gibt es drei, zum einen die abiotischen Selektionsfaktoren, zum anderen die sexuellen Selektionsfaktoren und die biotischen Selektionsfaktoren. Beginnen wir zunächst aber mit den abiotischen Selektionsfaktoren. Das sind alles Einwirkungen der unbelebten Umwelt, zum Beispiel Kälte oder Hitze oder Trockenheit oder Feuchtigkeit, Salzgehalt oder Lichtmangel. Ein typisches Beispiel für die abiotischen Selektionsfaktoren sind die Kergoellenfliegen. Diese waren ständig und sind nach wie vor ständig starken Stürmen oder Windböen ausgesetzt und bekamen dadurch verkümmernde Flügel, weil letztendlich haben die Flügel ihnen nicht mehr wirklich geholfen. Es gibt einen sehr wichtigen Begriff zum Thema abiotische Selektionsfaktoren, dieser heißt Mimese. Was ist die Mimese? Die Mimese besagt, ich sehe so aus wie meine Umwelt. Das Lebewesen nimmt also die Gestalt, Haltung oder Farbe seines Lebensraums an. Dazu habe ich hier drei Bilder einmal, die ihr euch anschauen könnt. Ihr seht hier ganz typisch, was Mimese bedeutet. Ich sehe also das Tier sieht so aus wie seine Umwelt, denn das Lebewesen nimmt die Gestalt, Haltung oder Farbe seines Lebensraums an. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema, den biotischen Selektionsfaktoren. Das sind Einflüsse, die von anderen Lebewesen ausgehen. Und man unterscheidet zum einen die zwischenartliche Selektion und zum anderen die innerartliche Selektion. Die zwischenartliche Selektion sind zum Beispiel Fressfeinde oder Parasiten. Unter innerartliche Selektion versteht man Konkurrenz um Nahrung oder Geschlechtspartner oder Brutreviere. Ein typisches Beispiel für biotische Selektionsfaktoren ist zum Beispiel das Abendfauenauge oder der Fingerhut. Schauen wir uns zum Beispiel mal das Abendfauenauge an, das ist ein Nachtfalter mit perfekter Tarnung durch braune Vorderflügel. Durch diese Vorderflügel, die zur Seite gekippt sind, präsentiert er seine leuchtend blauen Augenflecken und dadurch entsteht für den Fressfeind eine Schreckenssekunde und das Abendfauenauge ist gerettet. Genauso könnte man jetzt auch den Hornissenschwärmer anfügen oder den Fingerhut, aber das sind alles nur weitere Beispiele, die dasselbe aussagen. Es gibt für die biotischen Selektionsfaktoren drei Kennzeichen. Die Ko-Evolution, die Mimikrie und die Symbiose. Schauen wir uns zunächst einmal die Ko-Evolution an. Die Ko-Evolution besagt, dass es eine wechselseitige Anpassung zwischen Lebewesen gibt. Ein typisches Beispiel ist hier der Fingerhut und die Hummel. Die Hummel ist auf den Fingerhut angewiesen, der Fingerhut zur weiteren Verbreitung aber auf die Hummel. Und das nennt man Ko-Evolution. Die wechselseitige Anpassung zum Beispiel eines Tieres und einer entsprechenden Pflanze. Dann gibt es noch die Mimikrie. Die Mimikrie sagt, ich tue so als wäre ich gefährlich. Es ist also die Nachahmung einer giftigen, wehrhaften Art. Dadurch wird der Signalempfänger getäuscht. Mimikrie ist ein vererbtes oder erlerntes Verhalten. Typische Beispiele sind hier zum Beispiel der Hornissenschwärmer oder die Schwebfliege. Schwebfliegen klingt ja alle, die sehen so aus wie Wespen und man hat vielleicht Angst vor ihnen, weil Wespen sind ja böse, aber sie sind völlig ungefährlich, können nicht mal stechen, haben sich aber halt so getarnt wie die Wespe, dass sie gefährlich aussehen. Das nennt man Mimikrie. Ich als Tier tue so, als wäre ich gefährlich, denn dann werde ich in Ruhe gelassen. Das ganze kleine Eselsbrücke kann man sich vielleicht so merken. Mimikrie erinnert an das Wort Mimik. Und Mimik bedeutet, du kannst Menschen täuschen, zum Beispiel indem du gefährlich aussiehst. Und als dritten und letzten Begriff zu diesem Thema schauen wir uns die Symbiose an. Symbiose ist das Zusammenleben von Lebewesen verschiedener Art zu gegenseitigem Nutzen. Das heißt, zwei Lebewesen profitieren voneinander, ohne einander zu schaden. Ein typisches Beispiel ist hier Insekt und Fingerhut. Gegenteil der Symbiose ist der Parasitismus. Über diesen sprechen wir aber ganz in Ruhe in einer neuen Serie zum Thema Ökologie. Jetzt müssen wir uns merken, wir haben drei wichtige Begriffe. Zum einen die Symbiose, also das Profitieren zweier Lebewesen voneinander, die Koevolution als wechselseitige Anpassung und die Mimikrie als ich tue so, als wäre ich gefährlich. Und der dritte Selektionsfaktor ist die sexuelle Selektion. Die sexuelle Selektion wird auch geschlechtliche Zuchtwahl genannt. Sie basiert auf die Variabilität der sekundären Geschlechtsmerkmale, wie zum Beispiel Gestalt, Färbung, Verhalten, wie Prachtkleider, Paarungsrufe oder besondere Duftstoffe. Die sexuelle Selektion führt zu abweichendem Erscheinungsbild von Männchen und Weibchen. Und diesen Sachverhalt nennt man Sexualdimorphismus. Was der Sexualdimorphismus ist, wollen wir uns jetzt nochmal näher anschauen. Der Sexualdimorphismus geht von der Variabilität der sekundären Geschlechtsmerkmalen aus, sowohl bei Männchen als auch bei Weibchen. Wir betrachten Größenunterschiede, die Färbung und die Ausbildung von Signalstrukturen. Und damit sind wir auch am Ende dieser drei wichtigen Selektionsfaktoren. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Hashtag was die Natur alles kann, wenn es euch gefallen und geholfen hat. Und ansonsten freue ich mich auch sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben. Im nächsten Anwendungsvideo schauen wir uns mal an, was das Ganze bedeutet, dieser Selektion. Wir sprechen über die natürliche Selektion in Aktion unter dem Stichwort Industriemelanismus Birkenspanner. Ein wirklich spannendes Thema aus dem Zeit der Industrialisierung. Schaut euch das unbedingt an. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Erfolg bei allem was ihr machen müsst. Bis zum nächsten Video und ciao.